Hallo, wir sind heute hier in der Bäckerei Konditorei Bochter in Mengen. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was von unserem Sortiment erzählen. Wir haben jetzt zum Beispiel zu Ostern Zuckerhasen und Schokoladenhasen aus Fairtrade Schokolade. Wir arbeiten auch mit der Stadt Mengen zusammen, die das Fairtrade Konzept jetzt aufgestellt hat. Ich möchte noch weiterhin darauf hinweisen, dass wir auch Pardinen machen. Torte und Kuchen gibt es weiterhin in Hülle und Fülle, wie Sie gerne hätten. Auch am Sonntag haben wir auch geöffnet. Brot und Backware sind natürlich auch dabei, wie immer. Und wir haben auch seit Neuestem ein Eissortiment.